Willkommen zurück. Ich hasse, dass die Kamera hier nicht hochgeht. Da haben wir einen Checkpoint. Und diese dreckigen Fledermäuse natürlich sind auch wieder da. Was auch sonst. Lucky Toos, Koopas, Shy Guys, das alles reicht nicht. Wir brauchen Fledermäuse. Zusätzlich zu alledem. Ne? Versteht sich ja von selber. Ich glaube, das ist eine rote Münze, oder? Mist. Wir werden es nie erfahren. Komm schon. Doch, es ist eine. Und wir haben noch... Mach doch mal... Dann drücke ich schon A, wie eine Geisteskranke. Und dann tut sich nichts. Oh Gott, Stacheln. Ich würde da echt verdammt gerne saven, irgendwie. Vor allem, ich habe gar keine Eier, mit denen ich da die Blume holen könnte. Oh, ich muss da... Oh Gott, ich brauche Eier. Und ich muss sogar... Da irgendwie... Hinkommen, selber. So, jetzt haben wir immerhin ein Ei. Hä? What? Ich kann doch nicht so lange, ähm... Flatterflug machen. Das geht doch gar nicht. Also, ich save da mal. Und probiere das einfach mal. Krank. Das ist einfach nur krank hier. Oh. Krass. Mit dem ersten Versuch geschafft. Krass. Nee. Nee. Hm. Joa, das ging ja so. Gott, das ist eine rote Münze. Gut. Okay. Wir haben... Alles! Meine Güte. Wir haben alles. Ha. Dann hoffen wir, dass das Level einfach bald rum ist. Oh, da ist es auch schon rum. Na? Jetzt scheitert es da dran. Oh. Endlich mal wieder ein Level auf 100% gespielt. War ja auch mal dringend nötig. Und... So. Was haben wir da? Oh nein! Nicht das! Oh. Diese Plattform. Don't look back! Ja. Diese Plattformen, die sagen mir irgendwas. Wenn you jump off on one of these platforms, the number shown is reduced by one. If the number reaches zero, the platform vanishes. Also verschwinden dann. Also verschwinden dann. Wenn ich... Wenn ich... Wenn ich dürfte mindestens jeder Viovela kennen, der in Schurken gespielt hat. Wenn ich ist da eine Fähigkeit. Das war ein super Schuss. War... War... Was? Was zum Geier? Wo kommen die auf einmal her? Konnten die nicht schon vorher da sein? Wieso habe ich mir jetzt eigentlich so eine Mühe gegeben, an dieses Ei zu kommen? Oh süß. Das ist ja süß. Aber ich dachte, hier geht es um Plattformen, die verschwinden. Und nicht um Luftballons. Oh Gott. Geil. Geil. Was? Ein geiler Scheiß. Da rennt man bis hinten hin und dann ist da nichts. Zumindest vermute ich das mal, dass da nichts ist. So. Was gab es da nochmal? Achso, das war ja der Münzenring. Merkt ihr, wie vergesslich ich bin? Ich habe den gerade eben vor fünften Minuten gesehen gehabt und schon... Weiß ich nicht mehr. Shit. Da hinten ist auch nichts Besonderes. Das heißt, wir brauchen da gar nicht nach dem Ballon Ausschau halten. Boah. So. So. Na super. Oh, den kann man jetzt aber zum einen machen. Boah, ich hab voll Panik. Oh, ne, 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 Leute. Ich save hier mal. Ich bin ja noch nicht weit gekommen. Hab nur die zwei Münzen da oben eingesammelt. Aber das ist mir schon zu heikel hier. So. Okay. So. Das sind wir jetzt wenigstens schon mal hier. Und haben noch die Münze, die wir verpasst haben, einsammeln können. Boah, weh. Du fällst da runter. Dann gibt's aber Ärger hier. Hm. Eine schwere Entscheidung. Gehen wir erstmal da rein. Wer weiß, was es hier gibt. Oh Gott. Helikopter, Yoshi. Oh Gott, wir werden hier auch noch mit so Zeug beworfen. Ah. Hier gibt's auch noch ein Checkpoint. So. Ja, keine Ahnung. Das war jetzt, äh... Okay, ne? Ein paar rote Münzen bekommen. Um Gottes Willen. Oh, na super. Komm her. Ja. Wo ist der Scheiger mit der Münze? Nein. Nein. Oh Mann. Ah. Ah. Oh. Ja, ich weiß, ich hätte den grünen, äh... Die grüne Shell dafür benutzen sollen. Oh Mann. Ah. Der hat mich erschreckt. Mann. Nein. Nein. Geh fort, ey. Mann. Ich will nicht mehr. Genau. Geh weg. Hau ab. Und jetzt schnell da hoch. Ah. Ja, komm schon. Na, dann nehmen wir halt dich. Oh, ist das ein Stress. Nein! Mist. Mist. Ach nee, oder? Du bist doch eine Dreckssau, Sondergleichen. Und vor allem, wir haben... Wir haben... Hör doch mal auf mit dem Shit. Mann, ich hab ja doch nur noch das eine Ei gehabt. Nee, können wir nicht mal zu nem Ei machen, den hier. Mann, ich hab keine Lust mehr, wenn das... Mann, ich hab keine Lust mehr, wenn das... Wo soll ich denn die Eier herkriegen? Boah, und ich hör schon wieder, wie meine Katzen meinen Schrank ausräumen. War hier ein Checkpoint? Und... Ah, der Hopp. Haben wir die Eier jetzt gekriegt? Achso, wir haben ja genug. So, und den hätten wir eigentlich mittreffen sollen, dann hätten wir ein One-Up bekommen. Da gibt's nix. Oh, nee! Nein, ich will da hoch! Ich will da hoch, Mensch! Ich will meine Eier aber nicht an dem verschwenden. Über die anderen kann man so gut drüber springen. Und über den nicht... Nee, echt mal. Komm. Nehmt ihn. Nehmt ihn. Ja, komm. Hau ab. Verschwinde. Ey, was ein Dreck. Ich sag nix mehr dazu. Ich sag einfach nix mehr dazu. Ich lass das erst mal sacken und wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dann.